I'm Danogy, got a lot of energy Passen könnte Seit 0 Uhr, seitdem die mir das gestern um 0 Uhr eingesendet haben Bin ich hyped, ich konnte nicht schlafen richtig, okay Vielleicht sieht man das an meinen Augen, mein Gesicht Alles ist kaputt Heute wird endlich entschieden, wer der Newcomer ist Von Danogy Snacks Newcomer Staffel 2 Weil ich sehe schon ganze Zeit Storys von einem und so Und ich will jetzt endlich sehen, was die gemacht haben Fangen wir heute mit dem Mighty, Mighty, Mighty McFluff an, Digga Der einfach die ganze Staffel schon gerippt hat Der alles dafür getan hat, zu zeigen, wie er drauf ist In seinen Trap-Richtung, in seinen, er hat sogar R'n'B Ich bin einfach gespannt, was Mighty uns vorbereitet hat fürs Finale Und ich würde sagen, es wird Zeit Mighty, Mighty, show me Was hast du getan? Blow like a river Ey Bisschen deutsch, bisschen englisch, scheiß egal Get your fire And I'm six in the morning Oh, der zweite Danogy mit meinen Brillen Weil sie ist so six Mischsam Pellegrino mit dem Weißwein Weiß, dicke John's, dicke Hey Oh Ey, warte, warte Jetzt geht's da rein Ich glaube, jetzt geht's ins richtige Video Ey, er hat gerade einfach alle Sachen gezeigt, die er schon gemacht hat Nice Geiles Intro-Ding, Digga Let's go Finale, ja Und ich wackel nicht lange, so wie das Doof Sky is not the limit, ich geb Gas Flieg nach oben und tu mir ne Hook von Nate Dark Wir leben gut, weilb sie wissen, das ist Safeguard Ja, die Zukunft, wir blenden, guck, ja ich seh's schon Alle haben damals zu uns gemeint, wir packen Zähne Und das, was die Freier nennt, ist für uns wie ein Käfig Wie in the Matrix Alle haben damals zu uns gemeint, wir packen Zähne Und das, was die Freier nennt, ist für uns wie ein Käfig Wer sieht das seelisch Wer sieht das seelisch Sky is not the limit, ah Bring den Zone und mein Business dran Planet Buck, we got up Ja, wir heben ab, weil wir lieben das Sky is not the limit, ah Bring den Zone und mein Business dran Planet Buck, we got up Ja, wir heben ab, weil wir lieben das Sky is not the limit, that is the limit Yo, Moidi, was geht? Yo, was geht? Hey, deine Runde war unnormal fresh, richtig krank Ja, danke man Ich freu mich schon auf das Feature von uns beiden Das wird auf jeden Fall übertrieben heftig Das hast du getan, Digga Da waren ja Leute dabei so Und in den vorherigen Runden waren sogar Sachen mit drin In den Texten einfach sehr, sehr, sehr durchdacht und fresh Und auch mit den Leuten im Hintergrund und so Dieses Party, oh Alter Digga, was? Und am Ende das mit X zu dem X noch Digga, was? Wird man da was hören? Wird man da was hören? Verdammte Scheiße, man Einfach Unglaublich Das ist genau der Shit, man Verdammte Scheiße, Alter What the fuck, man Digga, die haben sich richtig Die haben sich alle richtig zusammengetan, Digga Das ist richtig Inception, die Shit, man Das ist richtig so crazy Also, okay Kurz mal Feedback, Digga Also, ich muss sagen Wie du die Übergänge gemacht hast mit den Harmonies auch und so Ich könnte so lange darüber reden, wie nice das war Wirklich Also, Video unnormal krank Eins mit Sternchen, Digga Einfach Gerappt Die Flows, was du gesagt hast auch und so Eins plus Muss man schon sagen, Digga Kann ich jetzt Ich werde nochmal am Ende darauf eingehen, so Wenn ich die Entscheidung mache Aber Bro, Respekt Respekt Höchsten Respekt Ich glaube, ihr merkt das, oder? Kommen wir zum nächsten Und zwar Rasheen Und zwar haben wir ein kleines Problem bei Rasheen Sie hat mir diese Nachricht gesendet Und ich weiß, es wird sehr viel enttäuschen Sie hat mir trotzdem was eingesendet Und zwar hat sie mir den Song eingesendet Aber sie hat es nicht geschafft, ein Video zu senden Und das tut halt allen weh Mir hat es, also mich hat es auch richtig traurig gemacht So, weil ich wollte einfach auch, dass Rasheen sich nochmal im Finale visuell zeigt Und ich hoffe, ja, dass der Song trotzdem geil ist Dass der Song trotzdem geil ankommt Und gefühlt einfach das rüberbringt, was du vorhattest Es ist schade, es ist scheiße Ich weiß, aber was soll man machen Du hast trotzdem was eingesendet Und wir werden es jetzt anhören Hören wir mal rein Und let's go! Ja, 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 ja Keine Zeit für die Spielchen Aufwärts im Ziel Bis ich endlich kriege Was ich verdiene Du redest von Erfolg Doch ich seh da nichts Bisschen Geld spielen lassen Und was ist das? I don't see the sun Bin up all night Tryna feel alright It's not happening Baby, you know what to do To finally get it going Big Moves From now on, Ketchup Don't get loose Don't let others decide you are who Is going to make all the moves Big Moves, yeah Big Moves I believe that you know what to do Let your heart go out the way and soon You'll be on top watching the news Showing you, yeah, yeah Rasheen diejenige, die wirklich lange, hart durchgezogen hat in dieser Staffel Und auch eine wirklich wichtige Rolle in dieser Staffel gemacht hat Sie hat sich heftig durchgekämpft durch zwei Votings, glaube ich sogar auch Deswegen Rasheen, größten Respekt auch für dich Ich weiß, Leute, es ist einfach der Song nur Und trotzdem war der Song fresh Also sehr nice Melodie Auch die Strophen Es ist halt schade, man sieht dich einmal nicht dabei Ich wollte einfach deine Vision sehen Weil meistens sieht man dann auch wirklich, was sie damit gemeint hat im Video Soll ich sagen, Digga Ich kann nicht aufs Video eingehen Ich kann nur auf den Song eingehen Und der Song war wirklich nice Rasheen trotzdem Danke trotzdem, dass du eingesendet hast Ich werde es so bewerten Am Ende Und ja Gehen wir zum letzten Finale Dany's Next Newcomer Das letzte Video, was wir uns angucken werden Danach Werden es Es werden Sachen passieren auf diesem Kanal Das habt ihr noch nicht gesehen Das hab ich euch nicht gesagt Corona Ähm Aber jetzt Das letzte Video von X zu dem X Schauen wir uns an Oh Kopfhörer tragen Kopfhörer tragen Für bessere Quali Okay Frech Ich weiß, dass er schon mal vor Ich denke, das war auch das Ihr seid so, ihr seid so frech Ja Wie kann man immer soo Ka Dorian Baby, sag mir warum Entwischen wir uns nicht gehen Ich heiße X zu dem X Ist nicht schnell Ja Oh mein Gott Ho terrorism Hör im Tick 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 Babe, ruf mich an Ich geh bestimmt dran Babe, ruf mich an Ich bin auch nüchtern Babe, ruf mich an Oder bist du schüchtern Baby, Baby, du bist alles, alles, was ich will Babe, ruf mich an, ich geh bestimmt dran Babe, ruf mich an, ich bin auch nüchtern Babe, ruf mich an, oder bist du schüchtern? Baby, Baby, du bist alles, alles, was ich will Baby, ruf mich an, ja, ich warte nur auf dich Baby, ich geh ran, scheißegal, wo ich auch bin Baby, Baby, du bist alles, alles, was ich will Schreib mir nicht auf WhatsApp, ich will dich nur noch hören Ruf mich an, ruf mich an, ruf mich an, ruf mich an Jetzt ruf mich an Lass mich bitte nicht zu lange auf dich warten Vielleicht kommt ein anderes Girl und das war's dann Babe, ruf mich an, ich geh bestimmt dran Babe, ruf mich an, ich bin auch nüchtern Babe, ruf mich an, oder bist du schüchtern? Baby, Baby, du bist alles, alles, was ich will Babe, ruf mich an, ich geh bestimmt dran Babe, ruf mich an, ich bin auch nüchtern Babe, ruf mich an, oder bist du schüchtern? Baby, Baby, du bist alles, alles, was ich will Und ich warte nur noch auf dich Vielleicht bin ich auch nur noch blind Und ich sag zu dir nur Na, 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 na na Ruf mich an, ruf mich an Ja, ja Ruf mich an, Jetzt ruf mich an Lass mich bitte nicht zu lange auf dich warten Vielleicht kommt ein anderes Girl und das war's dann Baby, ruf mich an, ich geh bestimmt dran Ich ruf mich an, ich bin auch nüchtern Baby, ruf mich an, oder bist du schüchtern? Baby, Baby, du bist alles, alles, was ich will Babe, ruf mich an, ich geh bestimmt dran Babe, ruf mich an, ich bin auch nüchtern Babe, ruf mich an, oder bist du schüchtern? Baby, baby, du bist alles, alles, was ich will Baby, baby, du bist alles, alles, was ich will Ja, what's up? Yo, was geht ab, Meidi? Digga, ich habe deine Runde heftig gefühlt Ey, danke dir Mann, danke schön Unser Feature wird unnormal, habe ich gehört Das wird unnormal, krass Wir haben sich beide abgesprochen anscheinend, Digga Die planen da was, okay? Aber entspannt euch mal kurz Alter, ihr habt einfach beide richtig lange Videos gesendet, Digga. Also wirklich, X2MX, kreativ, geile Greenscreen-Arbeit, so, geile Effekte, geile Sachen mit eingebauten, mit Rashin, mit den Leuten, die du alle angerufen hast, aus der Staffel einfach. So, mit diesem Ruf mich an, das hat einfach, das war einfach eine schicke Idee, eine schicke, 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 schicke Idee. Ich finde, das kann man nicht vergleichen, auch mit dem Song von Rashin, das war auch nice, dass man sie gesehen hat bei X2MX nochmal. Also, das hat mir nochmal ein Lächeln auf jeden Fall gegeben, so. Einfach drei verschiedene, komplett verschiedene Songs, Crazy, die auf jeden Fall X2MX, geil, wie viel Arbeit da drin war, auch mit denen zu kommunizieren und so. Ich könnte stundenlang von allen dreien reden, Leute, aber ich muss jetzt eine Entscheidung machen. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, auch vor dem Video, wen fühle ich, wen fühle ich ja meistens zurzeit, wer hat mich die ganze Staffel lang überzeugt und zu wem fühle ich mich hingezogen. Spaß, Mann. Wo wir einfach ehrlich sein müssen, Rashin, es ist halt kacke, dass dieses Video nicht kam und ich kann dir nicht den Sieg geben, weil einfach die Jungs einfach alles dafür gegeben haben und man hat es einfach gesehen. Man hätte es auch in deinen Videos, in deinen Augen, in deinem Feeling sehen können, dass du alles willst. Vielleicht willst du auch alles, aber man hat es nicht gesehen. Und das ist halt das Ding, was mich so ein bisschen down, was das so ein bisschen downgradet. Deswegen, Rashin, es tut mir leid, du bist leider nicht der Sieger von Danergy's Next Newcomer. Du weißt selber, es hat am Ende echt nur wegen diesem Video dran gelitten, sonst hättest du da wirklich mitgespielt, so. Es tut mir leid, Rashin, du hast eine unglaubliche Staffel hingelegt, du kannst wirklich stolz auf dich sein. Jetzt haben wir X2MX gegen Mighty und das ist eine Entscheidung, die ich jetzt, wovor ich Angst habe. Ich habe mir gedacht, rufen wir mal kurz die Jungs an und, ähm, ja, telefonieren mal kurz mit denen. Und ich will kurz hören, was die sich gedacht haben, wie der Aufbau war und so. Deswegen, ich rufe die mal kurz an. Mach Mighty erstmal. Was geht's? Ey! Peace! Du bist gerade im Video. Ey, geil! Mighty, so war körperfrei, was geht ab, Leute? Erzähl mal, Bro, wie fühlst du dich, Digga? Was soll ich sagen, Alter? Das war eine anstrengende Woche, ich habe hart gehasstet, so, nur für euch und für Stainergy natürlich. Ey, Mann, erzähl mal so, wie hast du das Finale, so, wie war die Produktion, so, wie hast du geschrieben, so, ein bisschen erzähl mal, wenn du da warst. Also, für mich war, ja, es hat einfach erstmal mega Bock gemacht, ne, überhaupt, Alter. Das Geile ist so, man hat so einen Druck, wenn du so eine Deadline hast, weißt du? Komplett, Alter. Ihr habt auch in drei Wochen so 20 Songs gemacht, oder so. Ja, und 80 Musikvideos, oder so. Ey, Bro, aber richtig respektvoll, die letzte Runde, ich habe es mir gerade angeguckt. Keine Ahnung, die letzten drei Tage auf die Beine gestellt haben. Ey, ich habe keine Ahnung, was da mit euch los ist, wieder, Alter. Bist du aufgeregt wegen der Entscheidung? Ja, ich kriege sowieso vor jedem Video immer fast einen Herzkasper, so. Geil, Bro. Und, ähm, ja, wie ihr seht, ich habe immer noch nicht geschlafen, so, ich, äh, bin da praktisch durchgemacht, weil das Video technische Komplikationen hatte, aber, ey, alles für die Show, ne? Ja, Mann. Space Rap. Ich würde sagen, die Entscheidung kriegst du um 19 Uhr, ja? Bis später. Peace out, Bro. Peace. Ich habe mir jetzt X zu dem X an. Oh, shit. Was geht ab? Was geht ab, Digga? Ist gut, Bro? Wie fühlst du dich denn so? Wie hast du die letzten Wochen so erlebt? Ey, das war so ein krasser Hustle. Ich habe, glaube ich, insgesamt zwei Stunden geschlafen, Freitag von 23 Uhr bis 7 Uhr morgens den Song recordet, 50 Mal umgeändert, am nächsten Tag direkt weiter das Video gedreht, dann bis 19 Uhr und dann durchgehasst und bis zum Karten rübergeschickt. Das war so, the fuck, ey. Das war richtig krass. Warum hast du die Leute mit reingenommen? Ja, was mein Ziel dahinter war, ist halt einfach zu zeigen, dass nicht nur wir die Finalisten so quasi die Heftigste sind, so ein auf den, weil das wird ja leicht übersehen, sondern dass auch so ein Abramorf und ein Kid Weasley und sowas alle was draufhaben. Und so halt nicht in den Runden performt haben, ne? Aber im Endeffekt würde ich das einfach jedem einmal gönnen, einen Song machen, der einen Orvum-Hook hat und einfach so Community auch zeigen, so yo, was geht ab, let's go, so wir sind alle, alle ein Strang. Also ich weiß, das fehlt im Deutschrap so, also auch allgemein. Man muss halt immer zusammenhalten, man kann so viel mixen, so viel machen, aber du weißt, was ich meine. Okay, also ich werde jetzt, äh, ich werde jetzt entscheiden und dann wirst du es um 19 Uhr fahren. Wie gesagt, wir warten, ey, wir gucken das alle zusammen und wir sind so 15 Leute und sitzen da im Keller und haben da einen riesen Ferser und gucken das an. Also, das wird richtig krank. Dann, äh, hören wir uns, ja? Ja, danke für den Anruf. Hau rein, die geht, ciao. Okay, Leute, ich glaube, ich habe meine Entscheidung getroffen und sie ist sehr eindeutig, sie ist sehr eindeutig. Kurz zur Erklärung, X zu dem X, du bist einfach ein Vibe-Mensch. Ich will so, von dir erwartet man nicht, dass du die krassesten Reime bringst oder so. Es geht um deine Melodien und das, was du sagst und deine Message, so, dein Feeling, so einfach den Schmerz zu zeigen, aber auch gleichzeitig zu zeigen, dass man auch über den Schmerz steht und positive Vibe verbreitet, so. Trotzdem aber auch Schwäche zeigt, so, und das ist halt genau mein Ding auch, ähm, was ich fühle und was ich genau auch vermitteln will, so. Deswegen krank, einfach. Ähm, Mighty, deine Flows, deine Reime, wie du die Strukturen aufbaust, einfach so schon, so erfahren, einfach, du bist einfach schon so auf einem Level, Digga, so, du könntest da oben schon mitspielen, auf jeden Fall, Bro. Einfach diesen, du hast einfach dieses Etwas, so, was ich einfach übel fühle. Okay, okay. Der Gewinner von Denergy's Next Newcomers, Staffel 2. Meghiddy Mighty. Und X-Tourim X. Shit. Wir haben zwei Gewinner X2MX und Meini Sind die Gewinner von Denergy's Next New Marks Staffel 2 Weil ich beide einfach fresh finde Ich will mit beiden ein Feature machen Und warum nicht dann einfach zu dritt Ich glaube zu dritt kann man was wirklich geiles aufbauen Und es gradigt sich auch von der ersten Staffel ab Dass man einfach mal ein Dreier Feature macht Und wer sagt schon 9 zu Dreiern Ich glaube das ist die beste Entscheidung die ich machen konnte Ich will nicht nur mit Meini ein Feature machen Ich will nicht nur mit X2MX ein Feature machen Vielleicht in Zukunft, naher Zukunft auf jeden Fall auch einzeln Aber Leute ich will zu dritt Dass wir zu dritt uns da reinsetzen Eine Booth, zwei Tage, drei, vier Tage Dass wir ein, zwei Tage, wie lange, egal wie lange Uns im Studio oder so einfach einschließen Einfach Magic So ist meine Entscheidung Und ich hoffe ihr fühlt das auch so Ich fühle mich auch richtig wohl mit dieser Entscheidung Gewinner von Denergy's Next New Marks Staffel 2 Miggini, Meini und X2MX Applaus Leute Klatscht einfach jetzt vor eurem PC Alleine Schreibt es in die Kommentare Congrats Miggini, Meini und X2MX Ich will richtig viele Glückwünsche sehen in den Kommentaren Diese Staffel hat genau das gegeben Was ich wollte Und zwar Support, 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 Support Das war es jetzt aber auch nicht mit dem Format Leute Das war es auch noch nicht mit den nächsten Wochen Was hier noch passiert Es geht jetzt erst los Wir haben erst die zweite Staffel von Denergy's Next New Marks Und in den nächsten zwei Wochen wird hier noch was dazu kommen Leute Ihr werdet vielleicht Leute wiedersehen Von denen ihr dachtet, dass ihr sie nie wiederseht auf meinem Kanal Okay Für die ganzen Zuschauer, die jetzt denken Ey, ich will auch Ich will auch Ich will auch Aufgaben kriegen und die beweisen, was ich drauf habe Und am Ende ein Feature machen Ich will auch, Digga Relax Du hast noch zwei, drei Wochen Zeit Okay Ich werde das wieder einleiten Und dann fängt die Staffel 3 an Jetzt gerade, wo ich das schon ausgesprochen habe Fängt schon meinen Körper so an zu zittern, Alter Was war es von mir? Staffel 2 Denergy's Next New Comer It's the Ending for Something New Beginnings Versteht ihr, was ich meine? Peace out